Musik Schaeffler ist 2019 das erste Mal auf der SPS. Schaeffler ist eigentlich bekannt als Lieferant für hochpräzise Lagerlösungen in der Industrie und natürlich als Automobilzulieferer. Hier hat sich in den letzten 20 Jahren aber einiges getan. Wir konnten ein großes mechatronisches Portfolio aufbauen, auch Lösungen für die Produktion. Und heute und hier präsentieren wir erstmals zwei digitale Lösungen für die Instandhaltung. Und da wir jetzt die richtigen Lösungen für die smarte Produktion haben, sind wir auch riesig froh, fester Bestandteil der SPS sein zu dürfen. Welche Lösungen haben wir dabei? Wir haben uns zwei Probleme angeschaut. Das erste die treffsichere Interpretation und Analyse von Schwingungsdaten bestehender Condition Monitoring Systeme. Und auf der anderen Seite die komplett fehlende Transparenz von Maschinen, die heute noch gar kein Sensor haben. Schauen wir uns zuerst das erste Problem an. Für das erste Problem haben wir einen digitalen Dienst entwickelt, einen Service, der automatisiert die Schwingungsdaten analysiert und interpretiert. Man benötigt hierfür nur die Schwingungsrohdaten, die Drehzahl und den Lagertyp. Und was Sie erhalten, ist eine präzise Aussage über den Schaden mit dem Schadenstyp, dem Fortschritt und auch eine Aussage, wie wahrscheinlich und wie sicher vor allem unsere Diagnose ist. Für die zweite Herausforderung, Maschinen, die heute noch überhaupt keine Transparenz haben, weil sie keine Sensoren haben, haben wir eine komplett neue Einstiegsmöglichkeit geschaffen. Mit der Condition Assistant App hat man die Möglichkeit, die Beobachtung, die man an der Maschine vorfindet, die Temperatur und die Geräusche mit Hilfe der Mikrofon und der Kamera des Handys aufzunehmen und zu dokumentieren. Was Sie dann erhalten, ist eine Abschätzung über den wahrscheinlichsten Schadenstyp. Ist es ein Lagerschaden? Ist es eine Unwucht? Sie haben eine erste Einordnung, was ist falsch mit der Maschine? Und dieses Datenpaket können Sie dann im Anschluss an einen Schaeffler-Experten senden. Dort können weitere Analysen angestellt werden, um Handlungsempfehlungen für Sie zu generieren. Diese beiden digitalen Services machen dem Instandhalter das Leben leichter. Er kann sich um seine eigenen Aufgaben konzentrieren und muss sich nicht mehr über die Analyse von Schwingungsdaten kümmern und kann auch mit Maschinen, die keine Sensoren haben, erste Schritte in der Condition Monitoring-Welt machen.